Hallo, ihr fabelhaften Fischegeborenen und Fische-Ascendenten. Herzlich willkommen zu eurem Liebeshoroskop Liebe und Leben im Juni 2018 mit eurer Astrologin Antonia Langsdorf. Ihr habt geniale Romantikkonstellationen im Juni, besonders in der ersten Monatshälfte. Genießt die Zeit mit eurem Schatz oder einem neuen Flirt. Und wenn ihr Solo seid, habt ihr entweder Spaß an persönlichen Herzensprojekten oder gute Chancen, jemand Nettes kennenzulernen. In meiner Verlosung gibt es diesmal eine Uranus-Beratung zu gewinnen. Der Rebell und Erfinder unter den Planeten ist ins Zeichen Stier gewechselt und bildet in den kommenden Jahren einen inspirierenden Aspekt für euch. Was das bedeutet, erfahrt ihr auch in meinem Uranus-Special Wind des Wandels. Da gibt es auch wieder eine Sonderaktion mit einer speziellen Uranus-Beratung. Schaut also mal rein. Mit etwas Glück könnt ihr die Beratung auch in der Verlosung gewinnen. Und wie ihr daran teilnehmt, das erfahrt ihr am Ende des Videos. Also bleibt dran. Jetzt schauen wir in eure Tendenzen für den Juni. Euren Erlebnishintergrund mit den langfristigen Tendenzen und welche Geburtstagskinder besonders wichtige Aspekte empfangen, diese Informationen findet ihr in meinem ausführlichen Jahreshoroskop. Das gibt es als Video und auch als Buch zum Nachlesen. Gleich das erste Juni-Wochenende bietet euch die schönste Konstellation des ganzen Monats. Das seht ihr hier an diesem Harmonie-Dreieck mit Venus, Glücksplanet Jupiter und hier eben dem Romantiker Neptun bei euch im Zeichen. Genießt deswegen diese Zeit ganz bewusst mit Menschen, die euch am Herzen liegen. Alleinstehende Fische finden jede Menge Inspiration durch ihre eigenen Kreativprojekte oder auch eine schöne Reise. Besonders wenn ihr an einen See oder ans Meer fahrt, habt ihr auch noch gute Chancen, einen Urlaubsflirt anzufangen. Etwas kritischer sind die Konstellationen für eure Freundschaften. Gleich in der ersten Woche, vor allem zwischen dem 5. und dem 9. Juni, könnte jemand aus dem Freundeskreis euch das Leben schwer machen und euer Verhalten kritisch beäugen oder kommentieren. Lasst euch davon nicht zu sehr herunterziehen. Wahrscheinlich ist diese Person mit ihren eigenen Problemen beschäftigt und beneidet euch im Grunde um eure innere Zufriedenheit oder eure schönen Beschäftigungen. Wenn es euch zu viel wird, dürft ihr ruhig die Fische-Methode anwenden und einfach abtauchen. Denn das Problem liegt höchstwahrscheinlich nicht bei euch. Spätestens zu Vollmond am 28. Juni wird die Person einsehen, dass sie einen Fehler gemacht hat und sich mit euch versöhnen wollen. Jetzt wollen wir uns aber erstmal den Neumond am 13. Juni anschauen. Er findet in den Zwillingen statt und damit in eurem Sonnenhaus der Familie. Für die Neumond-Meditation bietet es sich an, euch mit eurer Wohnsituation zu beschäftigen und darüber nachzudenken, falls ihr da etwas erneuern wollt oder auch über ein Familienprojekt, was ihr in den nächsten vier Wochen in Angriff nehmen wollt. Vielleicht fahrt ihr ja mit euren Lieben in den Sommerurlaub. Dann könnt ihr darüber nachdenken, was ihr euch von dieser Zeit wünscht und mitnehmen wollt. Am selben Tag wechselt auch der Merkur das Zeichen. Er geht dann in den Krebs und bildet bis zum 29. Juni einen günstigen Aspekt zur Fischesonne. Das macht euch besonders empathisch und mitfühlend und ihr seid gute Zuhörer und andere Menschen suchen das Gespräch mit euch, wenn sie in Schwierigkeiten geraten sind. Ja, und auch wenn sie Hilfe brauchen. Ebenfalls am Neumond wechselt auch die Venus das Zeichen. Sie geht dann in den Löwen und gesellt sich zum Mondknoten. Das ist eine starke Konstellation, um eine neue Liebe kennenzulernen. Bei euch könnte das im Job passieren. Vielleicht erlebt ihr einen Büroflirt oder auch eine ernsthafte Geschichte, die sich über eure Arbeit anbahnt. Das könnte im Zweifelsfall für euch etwas heikel werden, denn in den Tagen darauf baut sich eine gewaltige erotische Spannung am Himmel auf und vielleicht ergibt sich da etwas, was geheim bleiben muss, weil es eigentlich nicht sein darf, aber es fällt schwer, es geheim zu halten. Solche Sachen. Am 15. und 16. Juni haben wir tolle Party-Konstellationen und ihr bekommt bestimmt mehrere Einladungen für das Wochenende. Wenn ihr Solo seid, habt ihr große Flirtchancen. Besonders die Fische der ersten Dekade wirken sehr inspiriert und faszinieren ihre Flirtpartner. Aber das Wochenende birgt auch die Gefahr, in eine ganz plötzliche Affäre mit ungewissem Ausgang hinein zu geraten. Während der ganzen Zeit liegt diese erotische Spannung hier mit Venus und Mars in der Luft und sie erreicht ihren Höhepunkt am 21. Juni. Da geht die Sonne mittags um 12.07 Uhr ins Zeichen Krebs und aktiviert damit für vier Wochen euren Bereich der Lebensfreude, der Kreativität und der Erotik im Horoskop. Und das ist auch die Sommersonnenwende. Sie läutet einen heißen, intensiven Liebessommer ein, wo es zu einigen Irrungen und Wirrungen in der Liebe kommen kann. Deshalb seid am besten sehr vorsichtig, wenn ihr eine neue Geschichte anfangt, die größere Schwierigkeiten nach sich ziehen könnte. Wenn ihr in eine komplizierte Affäre hinein geratet, kann sich das über den ganzen Sommer in den Herbst hinein hinziehen, ehe ihr wirklich wisst, woran ihr seid und ob es etwas Ernstes wird. Die Fischesonne selbst ist von diesen Liebesverwicklungen nicht so betroffen. Die spielen sich vor allem in den Zeichen Wassermann und Löwe ab. Aber es kann natürlich sein, dass ihr Faktoren im Horoskop habt, die diese Spannungen empfangen. Viele Fischegeborene haben ja Planeten im Wassermann. Und weil ihr unter dem Einfluss von Romantikplaneten Neptun steht, besonders die zweite Dekade der Fischegeborenen, seid ihr schon anfällig dafür, eine Romanze anzufangen. Vielleicht auch dann, wenn ihr schon in einer Beziehung seid. Und das macht die Sache dann natürlich sehr kompliziert und heikel. In der Nacht zum 27. Juni wird der Mars rückläufig. Und diese Phase geht dann bis zum 27. August. Das Ganze spielt sich bei euch im 12. Sonnenhaus ab. Da ist also eine gewisse Energie der Geheimhaltung und des Rückzugs angezeigt. Das könnte zum einen bedeuten, dass ihr eine sehr geheime Affäre anfangt, eben wie vorhin gesagt, zum Beispiel mit einem Kollegen, was keiner wissen darf. Oder es kommt überhaupt nicht dazu, dass wirklich etwas passiert und alles spielt sich nur im Inneren ab, in eurer Vorstellung. Oder es ist vielleicht auch eine platonische oder spirituelle Liebe, die gar nicht auf die körperliche Ebene kommt, die euch aber trotzdem sehr stark beschäftigt. Es kann jetzt auch passieren, dass sich jemand aus eurer Vergangenheit oder sogar einem vergangenen Leben bei euch meldet. Und das bringt euch emotional durcheinander. Der Mars hier im 12. Haus zeigt auch versteckte Feinde an. Die macht ihr euch vielleicht ganz aus Versehen. Zum Beispiel, weil ihr einen Büroflirt anfangt oder auch weil ein Kollege in euch verliebt ist und ihr erwidert das gar nicht. Und derjenige ist dann enttäuscht und es wird hinter eurem Rücken getuschelt oder ihr spürt, dass da eine gewisse Feindseligkeit herrscht. Deswegen ist es am besten, ihr haltet euch zurück und bietet erst gar keine Angriffsfläche. Das betrifft, wie gesagt, euer 12. Sonnenhaus, also das Fische-Kollektiv, wo sich die Marsphase genau in eurem Geburtshoroskop abspielt. Das müssten wir in einer Beratung klären. Ihr könnt euch auch gerne in meinem Webinar Antonias Sterne anmelden. Da können wir das auch nachschauen. Was auch immer passiert, stellt euch einfach darauf ein, dass Liebesangelegenheiten, aber auch berufliche Entwicklungen, die im Juni noch schwummvoll angefangen haben, im Juli und August zum Erliegen kommen. Leute haben keine Lust mehr, überlegen es sich anders oder sie ziehen sich vielleicht auch zurück. Im September kommen die Dinge dann wieder ins Rollen und wir sehen alle etwas klarer. Wie gesagt, eure Fische-Sonne ist davon gar nicht so betroffen und es kann gut sein, dass ihr mit diesen Konstellationen wenig Schwierigkeiten habt und euch eher in der Rolle der Ratgeber und Seelentröster wiederfindet. Das waren eure Konstellationen im Juni. Wenn ihr mehr über euer persönliches Horoskop wissen wollt, zum Beispiel wie sich eine Liebes- oder Finanzsituation entwickelt, dann könnt ihr euch gern für eine Beratung an mich wenden. Alle Infos dazu findet ihr auf der Infokarte hier und in der Videobeschreibung. Mein nächstes Webinar Antonias Sterne ist am Freitag, den 29. Juni um 17 Uhr. Da könnt ihr mir eine Frage zu eurem persönlichen Horoskop stellen. Das könnt ihr zum Beispiel nutzen, um zu erfahren, wo der Wind des Wandels mit Uranus jetzt durch euer Leben weht. In meiner Verlosung gibt es diesmal eine Uranus-Beratung zu gewinnen. Darin erfahrt ihr, welche aufregenden Veränderungen mit Uranus für euer Leben anstehen. Und so nehmt ihr an der Verlosung teil, postet mir hier einen netten, konstruktiven Kommentar und abonniert meinen Kanal. Und ich freue mich auch riesig, wenn ihr meine Videos teilt, sodass sich auch eure Freunde über die Botschaft der Sterne informieren können. Zum Abonnieren einfach hier klicken, dann seid ihr bei der Verlosung dabei. Schaut euch auch unbedingt mein Special über Uranus an, Wind des Wandels. Und falls ihr sie noch nicht gesehen habt, empfehle ich euch meine Videos über Chiron im Widder und Saturn im Steinbock. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen.